Noch einmal willkommen zurück zu Blossom Tales. Wir sind bei der Hexe. Ihr habt mir 20 Schädel gebracht. Mädchen, ich hab mich geirrt in euch. Ihr müsst wohl die größte Mörderin des Blütenkönigreichs sein. Das sollte euch helfen, noch mehr Schädel zu beschaffen. So, jetzt haben wir die Hexe noch besucht. Das hat noch gefehlt für die 100%. Und jetzt reise ich zurück ins Blütenkönigreich und zeige euch noch alle 4 Itemslots, warum die leer sind und was dort eigentlich drinnen war. So, der Itemscreen mit den 4 leeren Feldern. Natürlich fehlt da nichts. Genau, im ersten Slot waren nämlich die Schriftrollen, die haben wir der Elissa geben. Im zweiten Slot waren die Briefe. Das war ein langes Quest, das haben wir auch alles erledigt. Und die letzten beiden Slots waren das Zahnrad und auch der Silberbahn. Die zwei Materialien, die wir für unseren Bogenupgrade gebraucht haben. So sind die 100% komplett. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.